Hallo Leute und willkommen bei Tutorial Live TV heute möchte ich euch zeigen wie man bei Facebook oder bei Facebook Design oder Google Design, Firefox Design, egal was wie man das ändern kann zum Beispiel es möchten ja viele nicht das Blau bei dem Facebook man könnte jedes Design wählen egal welches dazu braucht ihr eigentlich nur ein Add-on und ja diese Seite wo ihr die Designs aufsuchen könnt das Add-on das ist das ähm Stylish 1.3.1 das gibt es zum Downloaden auf dieser Seite, da stelle ich auch noch in die Beschreibung den Link da klickt ihr einfach auf Add to Firefox dann installiert das wenn ihr das dann installiert habt könnt ihr einfach auf der Seite da den Link packe ich auch noch in die Beschreibung unter userstyles.org könnt ihr die ganzen Designs aussuchen zum Beispiel äh Firefox Teams, da seht ihr dann den Startbildschirm von Firefox anders oder wie gesagt die Facebook Facebook äh Team, also die Facebook Design unter Browse nochmal dann Facebook Teams genau und dort sind natürlich sehr sehr viele Facebook Teams über 100 Seiten ich selber habe so ein grünes ähm das ist normal MW3 das habe ich also dieses Design ist wirklich sehr gut bis auf links oben die die Benachrichtigungs äh Anzeigen die sind nicht so ganz optimal okay aber sonst wenn ihr dann ein Logo, ein Logo sag ich ein Design gefunden habt, klickt drauf und klickt hier dann auf add äh was steht dort auf install with stylish klickt hier drauf natürlich muss hier unten Firefox eingestellt sein und dann seht ihr das gewählte Design mehr ist eigentlich schon nicht dabei wenn ihr noch Fragen habt dann fragt sie einfach in den Kommentaren und vergesst nicht zu abonnieren Tschüss bis zum nächsten Mal schau auf ich schau ein k dann dann das